Im Moment spiele ich Borderland, allerdings den ersten Teil, noch mal zum warmen werden für den zweiten Teil. Und Lieblingsspiele ist natürlich, wie immer bei Medienwissenschaftlern, ganz schwierig, das ist eigentlich No-Go. Also ich sag mal so, was mich in letzter Zeit wirklich beeindruckt hat, war die Mass Effect Reihe und Portal, die beiden Portal Teile. Die würde ich jetzt so für die letzten paar Jahre einfach als beeindruckende Titel nennen und ansonsten keine weitere Aussage zu dem Thema. Das ist natürlich jetzt auch nicht einfach zu beantworten. Also die einfache und die triviale Antwort ist natürlich, dass man sich immer Gegenstände zur Untersuchung wählt, zu denen man eine gewisse Affinität hat. Deswegen ist das Jahr 2003 zwar richtig als Markierung, es ist aber natürlich auch falsch, weil eigentlich genauso gut könnte man 1995 sagen, als ich mein Atari bekommen habe oder so. Warum aber sozusagen der Punkt 2003? Ich glaube, das war eine gute Zeit und es war eine gute Konstellation. Also einerseits hat sich sozusagen angedeutet, dass es Sinn macht, sich sowas wie den Game Studies zuzuwenden, einfach weil eine kritische Masse von Menschen da war, die national und international sich dem Thema angenommen haben. Zum Zweiten, unabhängig vom Jahr oder von der Konstellation ist es natürlich einfach eine kluge Idee, wenn man sich einer digitalen Kultur, und das war einfach zu dem Zeitpunkt ja schon durchaus ein Bestand, der da war, wenn man sich dieser digitalen Kultur zuwendet, natürlich zu fragen, was strukturiert diese digitale Kultur? Was sind sozusagen Inhalte, aber eben auch Strukturen, die diese Kultur ausmacht? Und das Spiel scheint, nicht nur mir, sondern natürlich allen, die mit dem Gegenstand befasst sind, ein sehr essentieller Gegenstand und eine sehr essentielle Struktur zu sein, um sich an der digitalen Kultur und im digitalen Medium im weitesten Sinne annähern zu können. Zwischenzeitlich hat sich das natürlich auf eine Art und Weise ausdifferenziert, die einerseits sozusagen das Produkt der Game Studies ist, die aber andererseits eben auch wiederum in dieser digitalen Kultur liegt. Der Begriff des Spiels hat sich sozusagen ein Stück weit gelöst vom Begriff des Computers oder von der Konsole oder dem Videospiel und ist zu etwas geworden, dass wir eher als gesamtgesellschaftlichen, strukturierenden Begriff wahrnehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich genauso wichtig, sich klarzumachen, dass das nicht eine Entwicklung ist der letzten zehn oder 15 Jahre, sondern dass das vielleicht genau genuin das Computerspiel auszeichnet, dass es nämlich etwas in die digitale Kultur hineinträgt oder überführt, was nicht unbedingt mit dem technologischen Gestell zu tun hat. Also der Begriff der spielenden Kultur, des Homo Ludens, der sich ja sozusagen immer wieder Bahn bricht in jeder neuen medialen Form. Und das scheint mir eben sozusagen ganz interessant, dass die Game Studies und das ist vielleicht auch eher ein institutioneller Prozess gewesen, die eben am Anfang doch sehr stark technologisch orientiert waren oder interpretatorisch am Spiel selbst gearbeitet haben, am Computerspiel vielleicht so in einer Fassung 2.0 heute begreifen, dass es für die Medienwissenschaft auch viel ertragreicher ist, sich gar nicht so sehr gegenstandsobjektorientiert dem Begriff des Spiels zu nähern, sondern über den Begriff des Spiels, der Handlung Game Studies zu betreiben. Also ich glaube, das ist natürlich im Moment sozusagen ein sehr herausgehobenes, sehr spannendes und sehr ambivalentes Thema. Also auf der einen Seite glaube ich, dass sozusagen Gamification an sich ein ambivalenter Begriff ist. Also auf der einen Seite fangen wir mit dem dystopischen Teil an. Es ist natürlich eine sehr unangenehme Regierungstechnologie, die in unterschiedlichsten Ausprägungen Effekte haben kann, schließlich ergreifend die Arbeit ins Spiel zu verlängern. Und das kann man nur also mit Marx angehen oder ideologiekritisch oder wie immer man das möchte. Man hat immer Recht, ja, wenn man Gamification-Prozesse sehr, sehr kritisch betrachtet und sich eben anschaut, was ist sozusagen die operationale Funktion von solchen Gamification-Konzepten. Und viele Best-Practice-Worst-Practice-Beispiele zielen natürlich genau auf Effekte ab, die, wenn man sie mit ein bisschen Distanz und ein bisschen kritisch analysiert natürlich neoliberal sind und damit eben zumindest kritisch befragbar. Auf der anderen Seite, das ist ja das Spannende an vielen solchen Konzepten, ist Gamification natürlich ein emanzipatorischer Begriff. Das zielt wieder zurück auf diesen spielenden Menschen, die spielende Gesellschaft, die natürlich sagt, ich kann Dinge durch die Idee des Spiels, die Handlung des Spiels natürlich beflügeln. Also es ist natürlich etwas, was in uns liegt, Dinge als Spiel zu begreifen. Und das ist nicht immer das Schlechteste. Aber ich glaube, das ist halt sozusagen auch der Bestand einer Kultur wie der, in der wir leben, dass genau diese Ambivalenz der Begriffe aushaltbar werden muss. Ob wir dem sozusagen uns willenlos hingeben oder ob wir das kritisch begleiten, das ist natürlich jetzt die viel entscheidendere Frage. Aber wir müssen mit der Ambivalenz von solchen Strukturen, Prozessen leben können. Ja, also zu wissen, dass Verspielung eigentlich etwas sehr Positives ist, etwas Ermächtigendes, auf der anderen Seite aber natürlich funktionalisiert werden kann. Also natürlich kann man durch Spiele lernen, wenn man durch alles lernen kann. Ja, also jedes Handeln evoziert in irgendeiner Form einen Lerneffekt, wenn man sich nicht in einer psychischen Disposition befindet, die das verhindert. Also jedes Handeln ist Lernen. Also kann ich durch Computerspiele auf alle Fälle irgendwas lernen? Die Frage ist natürlich, was lerne ich denn bevorzugt? Ja, das führt uns dann sofort wieder in sehr unangenehme Medienwirkungsdebatten, ob es sozusagen so ein funktionales Eins-zu-eins-Lernen gibt. Da sind wir, glaube ich, mit den Diskussionen auch irgendwie gelangweilt bis genervt durch. Ich finde es viel interessanter zu fragen, was sind sozusagen diskursive Lerneffekte? Ja, also natürlich ist das Computerspiel etwas, was uns als allererstes mal beibringt, wie Computer funktioniert. Also ist wiederum diese digitale Kultur ohne den Computer, ohne die Spielerfahrung, ohne den Lerneffekt im Spiel nicht denkbar. Ja, die Sozialisierung an den Computer findet im Spiel, im Lernen am Spiel statt. Kann man jetzt auch wieder positiv und negativ wenden. Ja, darüber hinaus implementieren sich natürlich in Spielumfelder Inhalte, die jetzt in Adaptionsprozessen greifbar werden. Ob ich da jetzt von Lernen sprechen möchte, ist natürlich etwas anderes. Aber natürlich transportieren Computerspiele, wie jedes Medium, in irgendeiner Form Inhalte, die vielleicht eben genau nicht so offensichtlich sind, dass ich sie in so einem schnellen interpretatorischen Zugriff irgendwie rauskriege und sage, das wird da gelernt. Sondern wie bei vielen diskursiven Situationen muss ich mich eben sehr anstrengen und sehr viele Schichten beiseite schieben und vor allem meine eigene Eingebundenheit in dieses ganze Feld immer mit berücksichtigen, um festzustellen, natürlich wird da auch viel angeboten zur Adaption, was jetzt eben ideologische Bestände einer Kultur sind. Eben zum Beispiel sowas wie der Begriff einer bestimmten Form von Arbeit. Aber natürlich auch ganz funktionales Wissen, normierendes Wissen, spezialdiskursives Wissen. Das ist alles im Computerspiel, wie in jedem anderen Medium, da und wird dann irgendwie gelernt. Ich weiß nicht, ob ich da von Sichtbarkeit sprechen würde, weil Sichtbarkeit ist, finde ich, für das Computerspielen ein sehr beliebiger Begriff. Also auch Buchstaben sind sichtbar. Ich glaube, der Aspekt, der da entscheidend ist, ist der Handlungsbegriff. Also ich möchte jetzt nicht in so eine Dichotomie verfallen, zu sagen, es gibt so Leanback-Medien, die keine Handlung von mir erfordern. Und das Computerspiel ist jetzt das Lean-Forward-Medium, wo ich handeln muss, damit es weitergeht. Das greift natürlich viel zu einfach und so funktioniert kein Medium. Trotzdem ist natürlich klar, dass im Computerspiel der Handlungsbegriff sehr zentral steht und dass dieses Moment der Handlung natürlich eigentlich das ist, was wir viel dringender noch bedenken müssen. Nicht im Sinne von, was klicke ich da, wo zeigt meine Maus hin und was passiert dann, sondern die Tatsache, in welchem Modus ich mich da befinde, wenn ich spiele. Denn natürlich ist Spielen sozusagen auch ein sehr spezieller Handlungsmodus. Man spricht ja nicht umsonst von Probehandeln. Die Idee des Spielens ist das Probehandeln, das ist aber auch wiederum die Idee des symbolischen Handelns, also jedes Medienhandelns, dass ich eigentlich in medialen Räumen immer als Ob-Situationen vorfinde und darin handeln kann. Ich kann mich in einem Actionfilm genauso in die Rolle des Helden träumen und Allmachtsfantasien, Machismen oder sonst was ausleben, wie ich das natürlich auch in einem Standard-Shooter tun kann. Aber spannender ist natürlich, ob dieser Modus des Hineintauerns, der Immersion, des Flows, ob das sozusagen diesen Handlungsmodus nochmal anders konturiert, als er im Kino anzunehmen wäre oder beim Lesen eines Buchs. Aber ich glaube, das sind eben die Fragen, mit denen sich die Game Studies in Zukunft auch viel intensiver noch beschäftigen muss. Also ich glaube, das ist eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Diskussionen. Also an der Kunsthochschule erlebt man natürlich relativ häufig sozusagen auch von eher von professoraler Ebene so eine Position, die eben sagt, Medienspiele, das hat ja nichts mit Kunst zu tun. Das ist aber wie bei vielen Sachen, wenn es um Computerspiele geht, ein bisschen generativer Effekt. Natürlich gibt es herausragende, beeindruckende und wunderbare Kunst, die irgendwie wie ein Spiel aussieht, genauso gut wie es Spiele gibt, die in den Bereich des Ästhetischen oder der Ästhetischen Erfahrungen so weit eingreifen, dass ich ohne Probleme sagen würde, das ist künstlerisch. Ich glaube aber, das ist sozusagen auch so eine frühe Form des Nachdenkens über die Verbindung von Kunst und Spiel. Ich bin sehr froh, dass das auch im Umfeld der Kunst zwischenzeitlich gar nicht mehr so sehr der Gedanke des Technischen dabei dominant ist, sondern dass ich in letzter Zeit eher den Eindruck habe, dass sehr, sehr viele Künstler die Idee des Spiels, also diese gesellschaftliche Konstellation, das Spiel legitim ist, in ihre Arbeiten integrieren. Und eben sehr viel mehr Location-based Gaming, würde man das jetzt sozusagen aus der Perspektive der Game Studies nennen, oder so Flashmob basiert oder sowas, eher in diese Richtungen arbeiten und darüber nachdenken, wie künstlerische Interventionen aussehen können. Und ich glaube eher, dass da im Moment die Schnittstellen sind, die wirklich sehr interessant sind, eben zu sagen, Kunst ist eine zum Beispiel Intervention in den öffentlichen Raum. Spielen, Location-based Gaming ist auch immer eine Intervention in den öffentlichen Raum. Und das ist die Schnittstelle, in der dann wirklich Dinge entstehen, von denen man eigentlich unmöglich sagen kann, ob das jetzt Kunst ist oder Spiel, weil sie eben in der Tat genau beides gleichberechtigt sind. Ab davon natürlich aber gibt es im Bereich der Medienkunst natürlich viele, viele, viele Projekte, die extrem nah an spielerischen Devices dran sind und die eben eine ästhetische Qualität entfalten, die den Kunstdiskurs extrem mit beeinflusst hat. Gott sei Dank überhaupt nicht. Also das kann ich, glaube ich, mit diesem einen Satz so klar beantworten. Sie hat sich Gott sei Dank überhaupt nicht verändert. Ich spiele immer noch genauso gern, wie ich das vor 15 oder 20 Jahren getan habe. Ich sehe mich hin und wieder genötigt, Titel anzuspielen, die jetzt nicht in meinem privaten Fokus liegen würden, weil man eben sagt, naja, das ist so ein must-have-seen oder so. Dann zockt man das halt mal an und ist aber auch zufrieden. Aber das hat man ja schon immer gemacht, dass man irgendwas anzockt und es wieder weglegt. Gott sei Dank keine Veränderung. Also ich glaube, da muss man sehr deutlich trennen, einerseits in den wissenschaftspolitischen Teil der Game Studies und das epistemologische Projekt Game Studies. Da würde ich zwischenzeitlich sagen, hat sich dieser deutsche Sonderweg, so unglückselig das Wort auch immer ist, glaube ich, so ein bisschen nivelliert. Da entstehen natürlich immer noch munter Dissertationen, die glauben, man müsste auf irgendwas reagieren, aber das prägt, finde ich, den Diskurs lange nicht mehr so sehr wie früher. Insofern also inhaltlich sind die Game Studies, glaube ich, einfach international anschlussfähig mit ihren spezifischen Charakteristika. Aber das ist sozusagen immer das Schöne, dass nationale Wissenschaften ja doch immer noch so ihren eigenen Dreh haben und dadurch wird der ganze Laden einfach bunt. Was anderes ist natürlich diese Ebene der Institutionalisierung. Da ist es natürlich sehr spannend, einfach in andere Länder zu gucken und zu sehen, was ist da passiert, wie ist es da gelaufen. Und da haben wir natürlich ganz eindeutig einen deutschen Sonderweg, der wie immer daraus besteht, dass zwei große Gegenstandsbereiche von Medienforschung sich da drum kabbeln, wer wieder Zugriffshoheiten hat, dass insgesamt natürlich das Projekt darauf rausläuft, so etwas wie Game Studies überhaupt zu implementieren in den einzelnen Fächern, an den Universitäten, über Hochschulen, über Förderungspolitiken. Das läuft auf seinen ganz spezifischen Weg und tut nicht immer gut. Also ich glaube, dass es den Game Studies am Anfang eben sehr gut getan hat, dass sie sich als interdisziplinär verfasst haben, weil sozusagen der internationale Diskurs sehr interdisziplinär aufgestellt war und weil das eben durch die geringe Zahl der in Deutschland am Gegenstand arbeiten einfach eine zwingende Notwendigkeit war, sich über die Grenzen von Fächern hinweg zu unterhalten. Da hat natürlich, und das ist das Problem jeder Nobilitierung eines Gegenstandes, die Game Studies haben sich sehr viel mehr an einzelne Fächer zurückgezogen. Es ist heute viel, viel schwieriger, Konferenzen zu organisieren, Workshops zu organisieren, die tatsächlich noch irgendwie interdisziplinär sind und die sich dann auch bemühen, sich gegenseitig verständlich zu machen. Das ist ein Nachteil, das ist aber auch ein Vorteil, weil das nämlich eindeutig beweist, dass der Gegenstand Game Studies oder der Gegenstand Spiel in den einzelnen Fächern angekommen ist. Dass man also jetzt nicht mehr die Breite des Schulterschlusses quer über die Disziplinen braucht, so als Wagenbrück-Mentalität, sondern dass man einfach sagen kann, ich kämpfe das in meinem eigenen Fach durch und sehe mal zu, wie ich das da eingebaut bekomme. Das ist gut, aber es hat natürlich den Nachteil, dass man teilweise das Rad immer gleich dreimal erfindet, weil jedes Fach sozusagen seine eigenen Fortschreibungen betreibt. Das ist glaube ich das, was die deutsche Game Studies gerade auszeichnet und was ich in anderen Ländern nicht so dramatisch erlebe. Also wo ich einfach sagen würde, da geht das leichter, aber eben auch, weil die wissenschaftspolitisch andere Traditionen haben, dass man sich zusammen um an Tische setzt. Also im Moment bereite ich ein großes Projekt vor zum Unternehmensplanspiel bzw. zur Geschichte des Unternehmensplanspiels in der Bundesrepublik. Das bereite ich mit einem Wirtschaftshistoriker zusammen vor, weil da der Schwerpunkt eben tatsächlich sein soll, auch die Vermengung von Spiel und ökonomischer Theorie zu untersuchen. Also die Frage, wie Spiel als Unternehmenssteuerung eingesetzt werden kann und wie dann von solchen Unternehmenssteuerungsaspekten im Unternehmensplanspiel das Spiel sich sozusagen genealogisch weiterschreibt zu solchen Begriffen wie Serious Game Gamification. Das ist so ein bisschen der inklusive Konstellation nochmal stärker anzuschauen. Und es ist eben auch der Versuch, so etwas wie eine Geschichtsschreibung des Computerspiels nochmal anders zu denken oder zu erweitern. Weg von so einer linearen Hardwaregeschichte oder Quellcode-Geschichte hin zu so einer Geschichte, wie Medien, wie der Computer als Medium über bestimmte gesellschaftliche, kulturelle Techniken in Gesellschaften implementiert wird, wie das Spiel das betreiben kann, wie aber gleichzeitig eben auch das Spiel durch diese Technologie selbst implementiert wird. Also so eine Gemengelage. Und das ist eben in der Tat auch ein bisschen so selber der Versuch von einer harten Gegenstandsorientierung zum Mediamarkt-Pyramidentitel wegzukommen. Das ist in der Tat so eine Konsequenz aus dem Strategiespielprojekt gewesen. Also da haben wir ja sozusagen den Begriff des Strategischen im Computerspiel untersucht und sind da eben auch relativ schnell auf solche genealogisch-archäologischen Rückführungen gekommen, was sozusagen über diese Kriegsbrettspiele, Planspiele, militärischen Ursprungs alles nochmal zu klären, aber eben auch so etwas wie mathematische Spieltheorie und eben da auch schon die Ökonomie immer mitzudenken. Und da hat sich sozusagen so dieser Wunsch entwickelt, aus so einer diffusen Konstellation eben sozusagen das alles nochmal etwas feingliedriger auseinander zu dividieren. Und dazu musste man aber eben auch den Ausgangspunkt nochmal etwas schärfer fassen. Und da sind wir eben am Ende des Strategiespielenprojektes tatsächlich auf solche Unternehmensplanspiele gestoßen und haben gesagt, das ist eigentlich eine tragfähige Konstellation, von der aus man dann sozusagen nochmal präziser das weiterentwickeln kann. Natürlich, der Begriff des Strategischen spielt da ganz existenziell mit rein in Beschäftigung mit Unternehmensplanspielen. Der Begriff von Strategie als mehrfach konnotiertem Begriff ist, glaube ich, immer noch ein relativ interessanter Begriff für die Game Studies. Der wird auch im Unternehmensplanspiel weiter schwingen. Also worum soll es gehen? Es wird um spielende Wirtschaftsminister gehen, es wird um die Rand Corporation gehen, es wird um die Gewinnbarkeit des thermonuklearen Kriegs gehen, um die Berechenbarkeit des amerikanischen Repräsentantenhauses und um Unternehmensplanspiele. Unternehmensplanspiel Unternehmensplans Vielen Dank.